Musik Angruas Zeitwolkent in die Zimbarerde. Wo in der Somme von Patentivo der Zimbarzung, wo der Bordkämen gemacht wurde, von Tor al Camovo der Zimbarhohebene, in ein paar Monate, sollen sie hingeschrieben, sind 27 Leute, Luzernern und nicht. Mehr als halber, wo sie noch nicht konnten, wollten sie lernen, zu schreiben, um sie zu. Wo die Leute, die das Bordkämen beraten, diese Somme, aber wo die anderen auch, das Kulturinstitut Luzern, heute auch, hat auch gelebt. Eppas, Zimbar. Musik 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 Zimbar, Magst du das Bordkämen? Ja, kümmere du. Ich will das gehen, auch in Komp. So wie ein Hau in Komp. Das Beste ist, du wirst das Bordkämen, du wirst das Bordkämen und fertig, du wirst das Bordkämen, du wirst auch an der Zinke, auch ein paar Plätze. Wenn du riefst, lässt du sein 3.500 m, gehst du für uns eine andere 7.800 m und sendest du auch in Kompon. Was machst du denn auch in Kompon, Luna? Ich habe gehört, dass in alle die neun Bierhauser, die Luzern, es mag ihr eher. Oh, schön! Also gehst du nicht in Anhegeln von unseren neun Restaurants. Halt mich, in alle kannst du nicht mehr wohnen, wenn du nicht mehr wohnen kannst, wenn du nicht mehr wohnen kannst. Du wirst sicherlich gerecht. Und hast du dein Auto? Ja, schau, so willst du dein Platz lassen, oder hast du, wirst du dahinter im Brunnen und dann bist du an den Platz, wo du willst. Ja. Willst du die höhere Luzern in die Welt Wenn du viel studierst, arbeitest und umgekehrt hast, auch im Kulturinstitut soll lernen und schreiben als Babiare, wo heute alle die Leute lernen in unserer Nation. Die Kurse heute hoffen noch am 22 Februar und gehen alle, die Mittag und die Sonntag, fino am 22 März, wo die Vierer finden die 5 im Tag, wo in 1. Level, und wo die 5, wo die 6, wo in 1. Level. Inschreiben sie ist desto, aber vielleicht erst gehen in die Bank auch zu geben 15 Euro auf den Konten von Kulturinstitut Luzern und dann machen sie ein bisschen, auf den Telefon, oder mit dem Mail. In Sachen Mongle, wo andere Informationen, riefst du in 0464 789 645, oder schreibst du in der Mail auf www.sneckle-istitutocimbro.it Hast du ein Buchstaben gemacht? Ja. Ich bin mir. 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 Oh. Ich bin mir. 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 Ich n lasts pünIST sind. Ich bin mir. Es geht mir. 4. Je Acts 649. Zcountaten Eukä ko하는 Goytus. Mennesaj daher im Finale wo er brennen im März und ansonsten, als 3 von März. Auf dem Platz, in den 6,5 bis 10 Tage, gehen alle zusammen nach dem Kreuz, wo unsere Pompier mit dem Gewehr in Großkast-Holz geben. Nachdem wir die Tochter gesehen haben, dass die Aero-Blobe der Dreamflat, aber die Gewehr, die die neue Schiene von Trenn riecht, alle im Land, wo sie im Seger Wasser auswählen werden, wo sie in Heir auswählen, die Strie, die Teufel, und die Seen vom Winter, wo dann in Beheir, Sider-Retland-Gerder, brennen wir einen Verlass im Platz in Lornes, zumindest nicht in der Pabelesland, wo wir die Steine sehen, in der Hälfte. San Bastion hat 310 Residenen. die uns 200 tun, vier und 20 Leute, wo dann allein das Konz-Gerz ist, ob und zwar so, als bei Luzern. So eine Junge, in Worgonate, Sonnstag, und hergerichtete Schümmerner Manifestation, wo Bintersport, das ist gehalten, proprio in Drinn, in Lont. Sebach. 2. Februar 2012, der erst San Sebastian Urban Contest, hat gemacht, reiten zwischen den Häusern von Lentle und der Sörnle, wie ein 50 Junge, auf dem Snowboard und Freestyle in Schien. Als pensierte und hergerichtete, war Junge von San Sebastian, wo der Häusern von Worgon geholfen in Kamau, in Tor al Kamau, in der Folgerie Schi, und in der Firma von Daniele Plotel. Er machte Schnee in Kanu, sperre auch die BMW in Lont und trage das Plotel Schnee zum Magamachen die Piste. In der Stadt, die Gäste der Leitur, wo der Sönges Konten Sieger so viel Junge, wo der Häusern von Lentle und der Sörnle voran Lungen Abbas. Allora, wir wollten dieses Event hier in San Sebastian über die Vier des Paes, mit der Vier des Vier des Vieres aus der Vier des Vieres, in Val di Nonni und die die Leute von Schlop Design, die wir unseren Amuren haben versucht, die wir hier in Folgerie, also in San Sebastian, wo es ein Gruppiger giovane, fortes, von dem man die Leitungen mit uns zu sehr, die wir in den Söngen sind. Es war nicht wichtig, die Neve, aber nicht die Natur-Auswerte, aber es ist nicht gekommen, Wenn wir heute Abend haben, haben wir hier ein Cannone gewonnen gemacht. Wir haben viele junge Snowboarder, die überall aus dem Trentino kommen. Wir haben auch eine wichtige Rolle, das Schittimaltipiani. Wir haben dieses Gruppe, vor allem die Schittimaltipiani, die sich allen von Alessio Amort hier zu machen. Wir haben hier alle Manifestation gearbeitet. Wir sind alle Ereignisse und alle Ereignisse, Es ist es, auch weil es sind die ersten Jahre, die wir versuchen, das Snowboard zu machen, auf dem Ski zu machen, und so ein Gruppen, so viele Mädchen, die hier fahren. Die Idee ist es, dass man viel mehr Manifestungen auf dem Altopiano zu machen, denn es gibt auch viele Mädchen, die hier leben, und die sind sehr glücklich, wenn wir diese Dinge machen. Die Menschen haben sich ein gemeinsames, ein gemeinsames Wettbewerb, die in dem ganzen Landen, in der ganzen Landen, darunter und auch sehr orgoglosen die Menschen in der Altopienung. Der Kind muss auch sein, dass sie fiert sind, von dem Landen in dem Landen. Und sie fühlt sich auch, von der Manifestationen, von diesem Landen. Der Versteilung hat es nicht so sehr, weil es alle anderen sind, weil die ganze Bevölkerung war glücklich, anzi erano tutti orgogliosi di questo di questo evento e di portarlo nel nostro paese anzi sono resi addirittura disponibili con delle torte con con comunque degli aiuti che sono stati sicuramente importanti per l'evento insomma certo sarebbe bello fare un tour magari in tutti i paesi specialmente l'oltre somo per rivitalizzare questo questo luogo che alle volte un po dimenticato comunque sicuramente sarebbe bello portare negli altri paesi certamente dipende sicuramente da delle caratteristiche che deve avere la strada come la pendenza la larghezza e poi dalla disponibilità dei mezzi e dei comuni di chi collabora insomma in questo progetto comunque sia un progetto esportabile e noi cercheremo di esportarlo perché abbiamo visto che funziona difficoltà ce ne sono state ovviamente perché portare tanti metri cubi di neve con i camion di notte non è sicuramente facile comunque è andata bene adesso i ragazzi si stanno divertendo quello l'importante voler da bilirne nizze in computer al lavoro di sabo che ho avuto un corso 10 giorni di corso sono 3 giorni il primo è la destra e ho avuto il 13 di febbraio un po' di menta dove si tratta fin di 10 anni e poi si tratta di internet, le poste e scrive il secondo corso si tratta di un po' di menta e poi si tratta di un po' di più in un po' di meno di più in un po' di più in un po' di meno di più in un po' di meno di più e per il primo si tratta di un ragazzo spiegare a un pagamento di 4364, 743, 832 e non spesso in 13 fond�ue Nachher von Kamauvo-Luzern Wir haben auch ein Geld in die Leute, wo die Arbeit in der Land wohnen und pendeln, die immer wieder zu sehen, alle Tage. Bei dem Bild können wir die Frage nach Kamauvo-Pizzei-Modulo in Irta, 28 Februar 2012. Der Kamau, um die Arbeit zu sehen, gibt immer Geld für die neue Plätze, oder eine neue Firma. Die Zahl der Mehrwertung von 25 vor 100, von selbst der Kind gezehrt, schien auf die 5.000 Euro. Vor diesem Jahr ist die Zeit von 28. Dieser Buch, der große Kluge von Luzern, hat wieder geleitet zu werden. Wir geben die erste große, die Ada von Poletz, die Ada Giacomaz. Sie ist erst von 29. Und die Grüße von Luzern, von Roberto Martinelli O. Die Mutter von Maria Roja, die Tochter von Bruno und von Afra. Und die Mutter von Maria Roja und zwei Kinder, von Emma und von Werner. Auch diese Woche ist alles ein Gruß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und bei der Große von Luzern. die 600-3-jährige Frau, in der Küche von Luzern. Und die أ